Be what you are. Pika, sei was du bist. Sei was du bist oder sei wer du bist. Weiß ich nicht. Das ist ein entscheidender Unterschied, was und wer. Das ist der Unterschied zwischen sein und da sein. Da sein hat eine Eigentlichkeit, sein hat keine Eigentlichkeit. Eigentlichkeit. Ja, Eigentlichkeit. Die meisten Menschen leben doch in einem Zustand der Uneigentlichkeit. Genau. Sie sind nicht das, was sie eigentlich je sein könnten. Je. Ja, je du, je ich, je sie. Je-Meinigkeit. Schau mal zum Beispiel der Flügel her, der hat keine Je-Meinigkeit. Keine Eigentlichkeit, keine Je-Meinigkeit, nix. Der ist blankes Zeug. Zeug. Ja, der ist Zeug, aber als Zeug hat er ein Umzug. Ein Um-Zu. Ja, nämlich ein Um-Zu-Gespielt-zu-Werden. Aha. Ina hingegen hat Dasein, also Eigentlichkeit, Je-Meinigkeit. Alles da. Ja, bin ich auch. Ja. Du, Benedikt, hingegen hast ein Um-Zu. Du hast nämlich einen Um-Zu-Begleiten. Dann hat die aber auch einen Um-Zu. Aber nur ein bisschen. Ja. Ihr beide habt ein Um-Zu und damit habt ihr praktisch Zeug-Charakter. Was aber normalerweise nicht mit eurem Dasein in Einklang geht. Moment mal, da müssen wir überlegen. Es ist, ähm... Piger, entschuldige mal, was ist denn gerade das Problem? Ja, das Problem ist euer Dasein. Martin Heidegger, der Rastermann unter den Philosophen, ihn versteht kein Schwein, aber er klingt einfach fantastisch. Was ist Sein? Was ist Sein? Was ist die Frage nach dem Sinn vom Sein? Was ist Sein? Was ist Sein? Was ist der Sinn vom Sein? Das Fragen dieser Frage hat als Fragen nach natürlich sein Befragtes, Gefragtes, Erfragtes und als Fragen eines Seinten selbst den Charakter des Seins. Des Seins. Das Fragen dieser Frage ist ein Seinsmodus, eines Seinten, das wir je selbst sind. Das heißt, das Sein dieses Seinten ist je meins. Je meins. Und in seiner Je-Meinigkeit, worum es diesem Sein in seinem Sein geht, oh, 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 liegt ein Charakter des Daseins. Alle so seien, diese Seinten ist primär Sein, daher drückt das Wort Dasein nicht Sein was aus wie Tisch oder Stein. Nein, nein. Sondern Sein, Sein, Sondern Sein, Sein, Sondern Sein, Sein, Sondern Sein, Sein, Sondern Sein, Sondern Sein, Sein, Sondern Sein, Sondern Sein, Sein, Sondern Sein, Sondern Sein, Sondern Sein, Sein, Sondern Sein, Sein, Sondern Sein, Sondern Sein, Sein, Sondern Sein, Heidegger, Heidegger, Dasein ist Sein, das, das sich in seinem Sein verstehen zu diesem Sein verhält. Oh, oh, oh. Und seine Wesensstruktur, das in der Weltsein, wirft die Frage auf nach der Weltlichkeit der Welt. Oh, oh, oh. Nach dem Umhaften der Umwelt, nach der Inheit des Inseins, nach der Weltlichkeit der Umwelt, der sogenannten Umweltlichkeit. Oh. Dem ganzen Zeug in seiner Zeugganzheit, denn zum Sein vom Zeug gehört je immer ein Zeug, Ganzes, darin es dieses Zeug sein kann, das es ist. Nee, das wird jetzt zu weit, Mama, lieber alle. Heidegger, Heidegger, oh, oh, oh. Hanna, Hanna, Heidegger, Heidegger, oh, oh, oh. Hanna, Hanna, Heidegger, Heidegger, oh, oh, oh. Hanna, Hanna, Heidegger, Heidegger, oh, oh, oh. Hanna, Hanna. Ich Heidegger euch in Grund und Boden, Heidegger euch den Schwarzwald rauf und wieder runter, Heidegger euch die Hoden und maroden Schäbel auf, Heidegger euch die Wand entlang, Heidegger euch so klein. Heidegger euch zurück auf Anfang, auf die Frage nach dem Sinn, nach dem Sinn, nach dem Sinn, nach dem Sinn vom Sein, 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 nach dem Sinn vom Sein, nach dem Sinn vom Sein. Hanna, Hanna, Heidegger, Heidegger, oh, oh, oh. 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 Hannah, Hannah, heidega, heidega, oh, oh, oh Höne, höne! Vielen Dank.